Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Was soll das heißen? Sie können Fegeler nicht finden! Ähm, um einen, das ist ein, der Burgdorf ist ein cholerischer Mensch, der immer wieder aus sich rausbricht. Guten Tag, Frau Junge. Herr Speer, wie sind Sie denn noch nach Berlin reinkommen? Einfach war es nicht, aber ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Die Jungen machen! Ich will Fegel anziehen! Sofort! Diese Szene soll sich abgespielt haben damals, allerdings in einem etwas kleineren Rahmen, nicht ganz so großen Rahmen wie heute. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Das ist ein Ausbruch von Frust und Erkenntnis eigentlich über die Situation, über seine eigene Situation, in der er steckt. Verrat! Bringen Sie mir Fegel an! Fegel an! Fegel an! Fegel an! Wir holen dich ab! Wir wollen dich! Und documentaire Wir sollen uns hier buchen Smith! Nein, 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 nein!